guten morgen zusammen heute haben wir ein bisschen früher aufgestanden ich gehe jetzt raus und habe vor euch was zu filmen und dabei werden wir uns einen kleinen tee kochen wir haben jetzt 6 uhr 40 am montag und draußen hat es minus 8 grad deswegen bin hier ein bisschen warm einpackt und wir sehen uns dann gleich wenn es draußen ein wenig heller wird ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.